Als Kriminelle kamen sogenannte Berufsverbrecher, kurz B-Fauler, und Sicherungsverwahrte, S-Fauler, ins Konzentrationslager. Sie wurden in der Regel mit einem grünen Winkel gekennzeichnet. Die B-Fauler wurden von der Kriminalpolizei ins KZ eingewiesen. Sie hatten ihre Haftstrafen verbüßt, wurden jedoch nicht freigelassen, sondern vom Gefängnis direkt ins Konzentrationslager verlegt. Als Berufsverbrecher galt, wer mehr als fünf Vorstrafen und eine schlechte Sozialprognose von der Gefängnisverwaltung hatte. Ein exemplarisches Beispiel. Karl Dorn hat sich mit Kleindiebstählen und Betrug, vor allem Zechprellereien, durchs Leben geschlagen und war 17 Mal vorbestraft. Wegen Betrug im Rückfall war er zuletzt vier Monate im Gefängnis. Das Vergehen. Er war einem Wirt 5 Reichsmark 50 für 15 Glas Bier und Zigaretten schuldig geblieben. Er kam am 5. Dezember 1942 ins Konzentrationslager Mauthausen. Am 6. Januar 1943 ist er dort verstorben. Die schwere Arbeit, den ständigen Hunger und die alltägliche Gewalt überlebten viele nur wenige Tage und Wochen. Dies lässt vermuten, dass die meisten nicht bevorzugt behandelt wurden. Am 18. September 1942 wurde zwischen Reichsjustizminister Otto Georg Thierak und dem Reichsführer SS Heinrich Himmler vereinbart, dass sämtliche Sicherungsverwahrte aus dem Justizvollzug an die SS ausgeliefert werden sollten. Und zwar ausdrücklich zur Vernichtung durch Arbeit. Mit dieser Vereinbarung machten sich die Justizbehörden somit zu Gehilfen beim Massenmord. Im Zeitraum von Ende November 1942 bis Anfang März 1944 wurden 11.100 Sicherungsverwahrte in das KZ Mauthausen verbracht. Bei der überwiegenden Mehrzahl der reichsdeutschen Sicherungsverwahrten handelte es sich um Kleinkriminelle mit vielen Vorstrafen wegen Diebstählen, Kleinbetrügereien und Bettelei und so weiter. Die Vorgabe Vernichtung durch Arbeit wurde auf brutale Weise erfüllt. Ihre Mortalitätsrate war mit 60,5 Prozent zeitweilig die höchste im gesamten Lagerkomplex Mauthausen. Viele überlebten nur wenige Wochen. Der Massenmord an dieser Opfergruppe wurde bis heute kaum thematisiert, auch nicht in der Forschung. Entschädigungsleistungen wurden ihnen 75 Jahre lang verweigert und erst im Frühjahr 2020 fand sich der Deutsche Bundestag bereit, diese, auch die Sicherungsverwahrten in den KZ als Opfer des Nazi-Terrors anzuerkennen. Gesellschaftliche Vielfalt impliziert für uns ein Höchstmaß an kollektiver und individueller Freiheit. Sie verlangt ein respektvolles Miteinander. Sie anzustreben ist der Motor für eine positive gesellschaftliche Entwicklung. Der Nazi-Faschismus war das Gegenteil davon. Im erinnerungspolitischen Kontext bedeutet Vielfalt heute. Keine Fortsetzung der Hierarchisierung der verschiedenen Häftlingsgruppen. KZ war für alle ein Verbrechen.